Mama come burnin' Und damit herzlich willkommen zurück zu Rocket League Mit dem Costa und äh Mit dem Costa und dem Robin, ja Irgendwas an der Anmut hatte mich gerade gestört Ich wollte gerade glaube ich sagen mit Sinan Aber das war noch richtig, weil Alter, der Typ ist gerade durch den Ball geflogen Der gelbe Wagen Lass ihn doch mal, er hat vielleicht auch Bedürfnisse Au nö Äh ja mit Costa und mit dem Robin Oh Ja, das passt nicht an zu sagen, dass da irgendwie läuft Egal, ich sage es immer gerne Vielleicht gucken ja auch Leute einfach Nicht das Video, sondern haben das einfach so im Hintergrund laufen Das musst du, äh, ne warte, warte, warte Das ist ja kein Video, das ist, ne doch, das ist ein Video Ich bin mal ein bisschen verwirrt gerade Das ist ja ein Stream und Video Wir haben kein Radiosender oder so Ne, aber manche, manche Leute Ich zum Beispiel Gucke ja auch gerne Videos oder lasse gerne Videos Einfach im Hintergrund laufen und zockt vielleicht irgendwas Oder man macht gerade irgendwas anderes am PC Wobei, das ist ja Wenn ich die Videos gucke, dann will ich auch sehen, was passiert Ja gut, ja, ich würde gerade sagen, das bezieht sich ja eigentlich auch auf andere Titel Beziehungsweise andere Games Nicht so auf Rocket League Also bei dem Spiel geht es halt nicht Ja, bei dem Spiel geht es nicht Oh scheiße Also es geht schon Ja, aber man redet ja viel über das Spiel Weißt du, man redet ja nicht über irgendwelche Was man so gemacht hat, so ungefähr Dann könnte man... Ja, da hast du recht Dann könnte man das machen Zum Beispiel Ich hab keinen Boost, aber in die Mitte Oh, na nicht Warte, ich... Ne, ich catch den nicht, weil der holt ihn Oder nicht Also ich bin im Tor Hä, hast du nicht gedacht, hä? Schade Ach man, schade Die provozieren mich, die haben das Auto, was ich am liebsten fahre Und sind aber auch noch gut Mach du Machst du gut Wenn auch in die falsche Richtung Falsche Richtung, ne? Leg doch noch mehr vor! Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn der Ball dahin legt Ja, echt, Mann Nicht so, dass du irgendwie einfach anderswo hin steuern könntest Ja, der Ball ist schuld, nicht ich Ja, ja, wie immer Na, ja, da kann ich nicht mehr hin Das musst du jetzt machen Robin, wo bist du? Oh, und der? Press out! Ja, da konnte ich dich für machen, da waren zwei gegen eins Ja, natürlich Ich hab keine zwei Autos Ja, das stimmt auch, genau Nein! Ich dachte, er wäre noch weit hinten Egal, das wenigstens bei denen Er kommt nochmal mit Oh 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 Wieso spielt der nicht zurück? Keine Ahnung Oh Alter Drecksack Deiner Jo Ah Schade Egal, ich bin im Tor Der da durchzieht, ey Boah, mit dem Leben verteidigt Was machst du denn jetzt da reinmachen? Sorry, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Jawoll Kess Ach, wir haben ja schon ein Tor und Führung Und dann ist ja egal Ne, jetzt haben wir es Ja, also jetzt haben wir insgesamt ein Tor und Führung, deswegen Ich hab erst gestern gedacht, dass wir zurückfliegen, weil die halt so gut sind Fuck, hab ich ein bisschen zur Seite schlafen Oh, das war doof Oh, das war doof Scheiß Ich bin im Tor Mann, ich dachte, ich krieg den Warte, ich hol den Sorry Hab ihn Okay Extra nicht gewinnen Hast du? Ne, das war doof von mir Super Ja, bist ja gleich wieder da Oh, das ist doof Oh, das ist doof Oh, das ist doof Oh, das ist doof Das war das falsche Das falsche fliegende Objekt Falsche Ufo Nein, komm Wasser Du Los Mach was Ich mache Nein, Robin, nicht wieder da hin Das war jetzt grad ein bisschen Scheiße Da wollte ich dich eigentlich noch so, so dieses Hinschlagmäßige dann noch anstoßen Aber das hat nicht mehr gereicht und danach war ich verwirrt, was ich machen soll Du Weißt was ich meine Ich wollte so von hinten stoßen Ja Ich fliege schon hier Oh, hab ihn, hab ihn, hab ihn Ah Ich sag, dass ich so heroisch zur Seite gesprungen bin Ja, aber das Irritiert dann immer Ich weiß jetzt nicht Ich weiß nie, ob du dann rein gehst oder Ich hab ihn nicht mehr aufgebaut Oh 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 Geh ran Bei pumpkin Ich bin Da hab ich schon schnellstmöglich reagiert Ich habe die Kist hoch, was waren die da eigentlich? Was tut sie denn? Geh ran, geh ran, geh ran Das war jetzt schlecht. Von mir. Von uns beiden. Ja egal. BAH! Wegen sind noch der Stelle. Einer hat eine Ping von 292, glaube ich. Das macht's nicht besser. Scheißegal. Egal. Der hat Ping-Vorteile. Echtbar. Das ist gefuckt nur rum. Oh der... Wayne. Ey der eine will mich echt die ganze Zeit nur... Abfacken. Ja jetzt ist ja eh egal. Die wollten ja nur noch Zeit stehen damit's fertig ist. Ah, Entschuldigung. Dafür kein Entschuldigung. Äh, ja. Ja. Alle melden, alle Scheiße. Dorscht hab ich. Dorscht hast du. Wie, alle melden? Ja man kann da Stummschalter oder melden. Hm. Ach ja. Weiter. Weiter. Keine Sorge. Oh, oh. Oh, oh. Nein, wie, wie? Bitte. Stand im Tor. Okay. Oh. War grad so ein bisschen dämlich. Ähm. Pfff. Warte, ich muss mich kurz sammeln. Ah! Scheiße. Hab mich gesammelt. 200 Punkten. Fuck. Ich will nicht mehr Wettkampf spielen. Das ist scheiße. Die sind alle gut. Paolo. ISG. ISG? IGS? Ne egal. ISG. Nein, wir kam gerade dieses Kürze so bekannt vor. Aber das war ja was ganz anderes. Als ich gerade im Kopf hatte. Ich weiß schon, was ich im Kopf hatte. Was ist? Fuck you, Mann. Ah. Scheiße. Du bist wenigstens hinten am Tor. Dann kann ich noch ein bisschen hier verarschen. Oh. Oh, das ist doof. Also das ist halt scheiße. Nichts. Wenigstens hab ich nicht das Tor entschieden. Es läuft nett. Seine Mama ist da. Boah, da hab ich den noch weggenahmt. Ah, Mann. Die sind im Endeffekt zu gut. I don't like it. I don't like it. Du 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 du. Ups. Ah, der fliegt auch gar nicht so schlecht. Aber der fängt. Ja, wenn der denn nicht fängt, dann fängt ihn keiner. Es ist bestimmt eine Liga über uns. Also über der, die wir jetzt schon sind. Jawoll! Ich habe ihn verlixt. Ich habe ihn verlixt. Nee, ich habe ihn verlixt. Ah, achso. Jawoll. Hab ich. Ich fehlen noch zwei jetzt im Ausgleich. Jawoll. Machen wir. Wir haben noch zwei. Oh. Werde ich das gewusst? Oder hab ich. Sorry. Hast du? Nee, der hängt noch ein bisschen in der Luft. Oh. Ich bin irgendwie an dem gerade vorbeigeschlittert. Oben entlang. Oh, Robin Handy. Was? Dein Handy. Dein Handy. Dein Handy hat gerade geklingelt du homo. Ach so. So, Robin Handy. Ich sage, was? Pilzchen von mir. Bau machen. Kann ich machen. I don't like it, I don't like it. Ich geh ran. Oder wir gehen beide ran. Wir gehen beide ran. Wir gehen beide ran. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ich bin im Tor. Wenn man treffen könnte, oh. Geh ran, geh ran, geh ran. Ich hab da keinen Boost. Oh, Boost. Ich hab sie weggehauen. 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 Äh, das war vielleicht ein bisschen zu hart. Für den Tor. Jawohl. N! Nicht zuимся! Ich bin in Verpool! Ich bin in Was zum Schluss, verständlich. Oh, das könnte ... Ah Mann ... Warte, Mitte. Ach, shit. Oh, jetzt müssen wir Gas geben. Geh schon mal ins Tor. Ja. Jo, leg ihn noch besser vor. Nein, scheiße. Das ist noch heiß. Nein. Oh, jawohl. Der andere hat ihn blockiert. Oh, jawohl. Ja, so, hol den Boost. Ich hab zwar keine Wurst. Oh, okay. Oh, die werden langsam nervös, habe ich das Gefühl. Nein. Oder wir werden immer besser. Das kann natürlich auch sein. Aber das glaube ich nicht. Hey, Kosta. Sag doch an, Junge. Ja, ich... Ich weiß nicht, dass du selbst von der Richtung angehst. Wo ich eigentlich auch an fast jeden Ball rangehe. Hast du? Die beendern sich alle sehr gegenseitig. Das ist schön. Ich bin der Tor. 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 Kein Boost mehr, oder? Okay. Okay, Geh Boost holen. Ich geh. Okay. Hab Boost. Leise. Jetzt. Oh, das... Der kommt aber wieder. Der ist weg. Jawohl. Oh, jawohl. Nice. Mein Controller ist jetzt schon entlassen. Das ist einfach. Oh. Sorry, sorry. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Machst du? Nein, mach ich ihn. Mann, ich hab keinen Boost mehr. Oh, das war zu fit. Fuck. 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 Das wird nichts mehr schaden. Egal. Nein! Oh, der war noch an der Kante. Der hätte doch noch hochrollen können, damit ich mir einen Boost holen kann. Verdammt nicht. Egal, schönes Spiel. Ja, das war echt ein schönes Spiel. Oh man, ich bin nochmal... Ach, egal. Komm, mach ich so drauf. GGG. Nein, GG. All played. Ach komm, dann sind wir weg. Oh, ich... Oh, ich... Oh, ich... Oh, das war irgendwie gerade sehr merkwürdig wieder. So, das ist typisch... Keine Ahnung. Also, typisch bei meinen Spielen immer. Also, am Anfang bin ich sauschlecht und dann irgendwie finde ich mich so rein, weil ich so deren Art von Spielweise verstehe oder so. Ganz merkwürdig. Am Anfang war ich sauschlecht. Ja, wir müssen sowieso wieder mal... Also, ich muss mich meistens immer noch mal ein bis zwei Spiele rein... oder sowas. Oder sagen wir ein Spiel. Je nachdem. Oh, Kassel! Ah, ne, ne, ne. Ja, da hätte... Wäre vielleicht gute Torschauce gewesen. Das ist ein Drecksack. Ich hab ihn weggehauen. Ach, kacke. Alles gut, ich hab ihn weggehauen. Oh. Gehst du? Geh Mitte bereit? Oh, fuck. Ich hab mich gedreht. Ja, bin bereit. Warte, der fliegt aber eh von selbst. Ja, das ist schon mal okay. Warte. Ne, nicht ganz. Für dich? Ah, war ein knappes Ding. Scheiße. Ich geh schon mal ins Tor. Ich bin im Tor, ich bin im Tor, ja. Deiner? Ja. Oh, der geht, der geht, der geht. Der ist drin, jawoll. Du, Sack. Schön. Vor allem, der war auch noch abgesprochen. Ja, das reicht noch gut. Wie geplant. Ich bin im Tor, ja. Bleibt da einer? Äh, der ist zu spät. Am besten immer da einer bleiben, weil sonst kommen wir in diese Situation, dass der auf einmal zu uns fliegt. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin im Tor. Sehr schön. Hab ich mich verlängert, ein bisschen. Ja, ne, das ist gut. Ich bin im Tor. Ja. Hättest du ihn gehalten? Ja. Aber du hast mir gerade Angst gemacht, weil ich dachte, der jetzt fliegt über mich, weißt du, dass du den so weiterleistest. Ja, ne, 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 alles gut. Bei so Dingern habe ich eigentlich zu 70% immer die Kontrolle über den ganzen Geschehen. Die anderen 30% sind meistens, wenn dann noch der Typ hinterherkommt, dann hat man den irgendwie nochmal hochgelupft oder so eine Scheiße. Oh, ne, ne, ist der nice. Ne, der ist aber gut. Der ist bei denen. Das ist schon mal viel wert. Hast du? Ne, ne, oh, scheiße. So ein Pressball-Ding. Ah! Aber nicht schlecht von dir. Ach, scheiße, ich kann nicht fliegen. Ich könnte lieber hüpfen und tripp-tribbeln. Den holt er. Oh! Der kommt Mitte. Ne, aber ich hole ihn. Oh, der kommt, der kommt gut. Alles. War gerade sehr, sehr verwirrt, wer ihn jetzt eigentlich berührt hat. Weil ich nur noch so dicht unter mir gesehen habe, dann wusste ich, was passiert ist. Ich habe ihn erwischt, okay, das waren die Funken von mir. Gehst du ran? Ich gehe ins Tor. Ja. Gut, schnell, Clown. Sehr gut. Ich übernehme. Ja. Nein, ah, ich dachte, der... Ich habe schon gesehen, dass er auf der Kante aufgeknallt, aber ich habe nicht gedacht, dass er den noch kriegt. Ich dachte, der würde ihn vielleicht irgendwie falsch einschätzen. Ach, kacke. Oh nein, da habe ich einen Fehler gemacht. Oh, der verkackt. Ich bin im Tor. Abdecker. Kein Boost mehr. Ja, ist alles okay. Ich bin da. Jawohl. Oh, aber krass, hast du noch bekommen, ey. Das war wirklich so... Das ist ein Move mit dem Salto, das ich letztes Mal gerade noch so... Oh, der war gut. Wie geplant. Mazzarini. Mazzarini, bitte regen Sie sich nicht so viel auf. Gut für den Blutdruck. Ah, scheiße. Ah, der geht rein. Oh, aber krass. Um sicher zu gehen, ob das meiner war. Ey, wolltest du mit dem Ball klauen, oder was? Ja, ich habe mir quasi erkämpft, oder so. Wie geplant. Ja, auf die Fertigkeit nochmal vor mir. Das macht mir Spaß. Kosta, du? Nein, okay, doch nicht. Ja, 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 ja. Ah, ich stand zum Weg. Ja, ich musste hier verfahren sein. Da musste ich um dich herumfahren. Scheiße. Oh, scheiße. Ich bin im Tor. Achtung, der Typ kommt hinterher. Sehr gut, ich übernehme. Ich habe zwar keinen Boost, aber ihr juckt's. Oh, fuck. Okay, da musst du nochmal eingreifen. Okay, dann mach ich hier. Da bin ich nicht, da bin ich nicht. Scheiße. Und hier. Mann. Das Bollwerk. Ich habe keinen Boost. Jawohl, schön verlängert. Jawohl, sehr schön. Warte. Sorry, Kosta. Das ist so schrecklich. Nein, es muss sein. Nein. Bei der letzten, äh, der letzten, äh, Runde mit Frank habe ich mich verändert. Sehr gut. Äh, das könnte Torchance wieder sein. Warte, ich hole ihn zurück. Geh, du schon mal Mitte. Ah, dennoch bekommen. Kamer, war schnell. Ehh, ey. Oh, sorry. Oh. Mit dem Tor, mit dem Tor, mit dem Tor. Kein Boost. Oh, fuck. Ich muss noch sagen, war ein guter Pass von oben. Das hätte ich, glaube ich, nicht hingekriegt. Bleib du hinten. Achso. Egal, alles gut. Hä, was? Ging ja auch nicht ran. Ja, ich wollte den Boost erstmal nehmen. Ja, ich weiß, aber warum der nicht ran ging, habe ich nicht verstanden. Ach, kacke. Hab ihn. Jawohl. Ich kann dann einen weggehauen, damit er nicht ran geht. Oh, der ist wieder ran. Sehr schön. Boah, ich... Hey, komm schon. Ach, so viele Sekunden... Äh, so viele Sekunden. So wenige Sekunden davor. Oh, ich bin bald Level 35. Wuhu. Ich bin 28. 28, ey, du hast ganz schön aufgeholt. So, das war's auch wieder für diese Folge Rocket League. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Die Spiele waren spannend. Kann man nicht sagen, denke ich mal. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.